Im Streit um Mehrbelastung der Landwirte zeichnet sich nun allmählich ein politischer Kompromiss ab. Der Vorsitzende des Deutschen Bauernverbandes, der zeigte sich in der Welt am Sonntag nämlich offen für eine Entlastung an anderer Stelle. Das würde der Bundesregierung dann auch eine gesichtswahrende Lösung ermöglichen, die ja partout die Streichung der Agrardieselsubvention nicht zurücknehmen will. Auch heute gehen Bauern wieder auf die Straße, diesmal im Dreiländereck gemeinsam mit Tschechen und Polen. Bei diesen Protesten geht es aber längst nicht mehr nur um Subventionen, wie Laura Fleischmann berichtet. Dicke Luft im Getreidelager von Landwirt Matthias Rebisch. Schließlich würde hier normalerweise nur noch halb so viel Weizen liegen. Dem Landwirt machen Zollerleichterungen für Lebensmittel aus der Ukraine zu schaffen. Durch sie wurden, metaphorisch, Tür und Tor für ukrainisches Getreide geöffnet. Und jetzt will die EU das auch noch um ein Jahr verlängern. Die Produktionskosten sind wesentlich niedriger als bei uns. Die sozialen Standards, die Standards, was Pflanzenschutz und so weiter angeht, sind komplett anders. Dort wird noch gespritzt mit Mitteln, die wir seit 20 Jahren nicht mehr einsetzen dürfen und zu Recht, ein Großteil. Und zum Teil geht der Weizen hier für 90 Euro die Tonne weg. Und wir bekommen im Moment, oder wir würden 180 kriegen, bräuchten eigentlich noch über 200. Also wir können mit den Preisen nicht konkurrieren. Mit dem ukrainischen Billigweizen kann der Bauer aus der Nähe von Bautzen-Sachsen nicht mithalten. In seiner Kasse fehlt sowieso schon Geld von den gestrichenen Agrardiselsubventionen. Auf die ist Bernhard Krüsten vom Deutschen Bauernverband mittlerweile sogar bereit zu verzichten. Entlastungen, Hauptsache irgendwelche, fordert er in der Welt am Sonntag. Wir sind kompromissbereit, wenn es im Gegenzug zu mehr Belastungen beim Kraftstoff an anderer Stelle zu realen Entlastungen kommt. Wir wollen unseren Mitgliedern nicht vorspielen, dass wer am lautesten schreit, am besten Gehör findet. Laut geschrien wird allemal und wortwörtlich stunk gemacht. Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Steffen Bilger will endlich eine Lösung. Es ist ratsam, den Landwirten jetzt entgegenzukommen, nicht nur aus inhaltlichen Gründen, sondern auch um jeglichen Radikalisierungstendenzen von Einzelnen, die nicht für die breite Masse der friedlich protestierenden Bauernschaft stehen, die Grundlage zu entziehen. In Polen spitzen sich die Proteste zu. Seit Wochen demonstrieren dort Bauern gegen den Green Deal der EU und gegen die Zollerleichterungen für die Ukraine. Im Dreiländereck protestieren heute polnische, tschechische und deutsche Bauern gemeinsam.